Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Im letzten Part haben wir Jonas Herkunft herausgefunden, halb Albed, aber whatever. Und wir müssen jetzt ab ins Stadion. Hä, was? Was? Ist er wieder zurück? Was? Pfeil? Ach, ich soll da hin. Okay. Das habe ich irgendwie nicht realisiert. Der Schlag war heftig. Oh, oh, oh. Oh, oh. Lady Yuna. Are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. How can you let some Albed kidnap you? Hey, let it go, alright? Don't go near Albed anymore, okay? They're trouble. Hey, 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 ohne Walker im Team, ins Finale, aber hey, die Zeitabstände zwischen dem Spiel ist echt geil. Mein ja nur. Mein ja nur, wirklich. Kaum ein Spiel zu Ende, Finale geht los. Und was mit den anderen Spielen? Äh, was? 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 Ich kann nicht zum Grün. Wo soll ich denn? Doch wieder da rein? Warum war ich überhaupt draußen? Nur kurz mit Yuna irgendwie? Äh? Ich check gar nichts. Okay. Äh, was? Walker, hi. Lass mich mit Walker reden. Das ist jetzt mein erstes Spiel. Gleich das Finale. Also, aber Moment, ich hätte speichern sollen. Ich habe etwas, was euch zu erzählen. Ja, boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But, you know, since we're here, we might as well win. Ja! A, am I in the bench? Kann ich noch speichern oder? Äh, jedes Mal die Szenen wieder. Schon wieder. Drittemal. Du hast es wirklich alles gegeben, nicht wahr? Alles klar. Was werden wir tun? Für Captain Walker. Alles klar. Speichern oder muss ich mir die Szenen immer nochmal antun? Das ist es, Leute. In nur ein paar Minuten gibt es das Spiel. Auf unsere Kindheitsträume. Captain Abysides Aurocs Walker. Okay. Dann versuche ich es einmal. Was machst du denn hier und warum in Zeitlupe? Ich hätte jetzt gerne Otherworld. Das kommt aber so schnell nicht wieder. Alles klar. Ich soll auf Auto lassen. Ich weiß nicht, ob ich Auto trauen kann. Aber so gut im Steuer bin ich nun auch wieder nicht. Der lacht hier nur mal tot, ey. Warte es ab. Ich werde ein paar Versuche brauchen, aber ihr werdet fertig gemacht. Oh, du bist sogar im Tor. Okay. Das wird nicht einfach. Null in der Materie drinnen. Überlevelte Gegner. Denke ich mal. Blitzstoß. Ey, das wird mir gar nicht erklärt. Natürlich haben die Gegner gleich den Ball. Verteidigung wird eh immer automatisch gemacht. Uh, zwei Spieler zum Torschuss. Das läuft etwas sehr hart schnell. Alter. Immer noch zwei PR8. Wow. Trotzdem. Soll ich das jetzt wirklich auf Auto lassen? Ah, er ist anscheinend Passer. Lass dir auf Auto. Information normal, Manndeckung. Ich lass einfach auf normal. So. Vorstoßen. Vorstoßen geht. Nein, nicht. Zu Tidus. Ich würd sagen zu Letty. So. So. What new? Stellt sich niemand in den Weg. Ah doch, jetzt drei. Oh mein Gott. Der Ball ist sowas von verloren. Der Ball ist sowas von verloren. Warte, sieben pH. Da kann ich bei niemandem vorstoßen. Alter Schwede. Drei Stück. Oh mein Gott. Gibt es eigentlich auch... Nein, es gibt keine Zweiangreifer. Yo. Yo. Es wird ja auch nichts. Äh doch. Es wird was. Cool. Ähm. Ich kann vorstoßen. Dann mach ich das auch einfach mal. Und passe dann. Direkt auf Tidus. Ah, mal gucken. Fuck. Falscher Knopf. Natürlich. Ah, ich wollte Viereck drücken. Jetzt wird der Ball wieder abgenommen. Ja. Nicht vorstoßen. Passen bringt auch nichts. Tor? Und der Zweite wird gefangen. Hey, 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 hey. Kann auch nicht angehen. Mit zum Pass. Äh. Nicht vorstoßen. Das ist... Na, der Ball wird sowieso verloren. Teil das. Das bringt auch nichts. Ja, der Ball ist sowieso verloren gewesen. Kommt schau, Leute. Ihr seid doch zu dritt da. Mensch. Ich will mal eine Angriffschance haben. Oioioi. Drei Leute. Zum Pass, aber... All abgenommen. Man kann nicht einfach so... Aktionsmenü öffnen. Okay. Ball wird sowieso abgenommen. Kann man auch versuchen zu passen. Das war ein Scherz, ne? Wenn der Ball sowieso verloren ist. Alter, ihr seid echt überlevelt. Das gefällt mir gar nicht. Hauptsache, du nimmst immer den Ball ab. Das ist ein guter Job. Sehr guter Job. Jetzt schon wieder zwei... Oh, drei sogar. Oh Gott. Kann ich nicht einfach vorher sagen, ich will passen. Das hat nie funktioniert bis jetzt. Nein. Hey, da waren doch drei Leute. Ich wollte schon sagen. So. Was? Drei Leute gegen einen und er gewinnt? Wie unfair ist das denn bitte? Das gefällt mir gar nicht. Ball wird sowieso wieder abgenommen. Alter, das kotzt ja richtig an. Verteidigen ist irgendwie kein Problem, aber... Jetzt ist niemand da, ne? Auch noch ein Pass. Ey, nehm mir die Ball ab, bitte. Das ist nämlich Torgefahr. Und wie das eine Torgefahr ist. Das ist 100% ein Tor. Oh, nee. Hättest du schießen können. Das wird mir jetzt hier gerade irgendwie gefährlich. Das gefällt mir nicht. Nehmt eben den verdammten Ball ab. By the way. Ich stehe jetzt doch mal auf Manuela. Halbzeit. Oh, willst du mich verarschen? Grad wo hier so gut ist und so. Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Sei's drum. Tadis bekommt keine AP, was? Discom, Ambos, Graf... Ach so, das sind die Gegner, oder? Nee. Keine Ahnung. Graf und Bargera sind eh total overleveled. Jetzt sind unsere da. Da ist Level 2, der Restlevel... Oh Gott, ist das fair! Jasch, was ist mit dir los? Ich glaube, der hat immer die Bälle abgenommen. Okay. Aufleveln können wir aber noch nicht, oder? Oder was auch immer das ist. Irgendwann steht's noch 0-0. Was ist das für mich? Get the ball, just shoot like crazy. Go, as it going down! Hieß es nicht, ab Level 3... ...erlehrt Tadis eine Tech? Shoot like crazy! Von den Schuss? Damn! Alright, hustle! Oder hätte ich eben im Level-Up-Menü was machen müssen. Statt aber glaube ich nicht. Ah! Ability-Menü. Jeder Spieler über Level 3 kann eine Ability anlegen. Steigt der Level, können dem Spieler bis zu 5 Abilities zugeordnet werden. Teil des Spheroschusses. Checkt Spezial 1. Checkt Spezial 1. Ja, gut. Kann ich auch weg? Ja. Das ist Level 1. Was bedeutet eigentlich RSMFLF? Jash, du kannst was da lernen. Könntest. So, das mit dem Ability-Erlernen, mit Beobachten, Decken und so, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Okay, du hast noch keine Ability-Erlernen, geht klar. Dann auch? Letty? Ne. So. Nein. Danke. Deckt. Achso. Tadis deckt niemanden. Deckt niemanden. Letty. Boah, wir müssen Craft-Ding, ey. Okay. Erstmal niemand, so. Jash, du warst Level 4, oder? Steht hier jetzt nicht, aber ich glaube, du warst das Deck. Das ist Craft. Bots. Duder, Kipper. Auch Duder. Und der Rest niemand? Keine Ahnung. Ich habe das jetzt einfach nur so gemacht. Mal gucken, ob wir jetzt eine Fähigkeit erlernen können für die anderen. Ich hoffe es doch. Die zweite Hälfte mache ich noch im Part, oder? Mal gucken. Darf ich ja eh wieder vom Speicherstand von eben anfangen. Diesmal haben wir den. Cool. Vorstoß. Ähm. Vorstoß. Passen. Andert. Ah, das ist aber nicht so gut im Passen. Sehe ich jetzt erst. Shit. Shit, shit. Oh Gott. Graf auch noch. Ach, wie kein Vorstoß. Geil. Passen. Oh, fuck. Voll vergessen. Ich hätte was lernen können. Aha. Decken mich jetzt auch noch zwei. Drei. Oh Gott. Einen kann ich vorstoßen. Und dann Tor. Jacked Spezial. 120 KP. Ist mir sowas von scheißegal. Schieße einfach. Boom. Boom. Woo. Und jetzt weiß ich was, wenn man meint. Das ist sehr nützlich. Tor. Ich habe keine Ahnung was ist, aber Tor. Ähm. Ja. Gut. Vier Minuten sind noch zu spielen. Also vier vorgespulte Minuten. Jao. Gehe in ihn rein. Alles klar. Teil ist doch sehr, sehr niedriger AG. Das gefällt mir nicht. Zwei Leute. Eine Leute sollte ihn doch decken. Also, ne? Wo ist denn der? Jasch, da bist du. Hey. Sorry. Frosch im Hals und so. Torschuss. Äh. Du versuchst zu schicken. No. Äh. War klar, dass genau jetzt mal in die 50% Grenze kommt. 50%. Die unterste Grenze wurde abgezogen. Ah. Sowas war klar. Jetzt haben die Gegner die beide, oder? Ne. Wir. Jetzt. Jetzt. Einer? Ne. Zwei, natürlich. Vorstoßen können wir nicht. Passen können wir auch nicht so wirklich. Yay. Achso, wir können bei ihm vorstoßen. Okay. Passen ist dann nur eins groß. Was soll die Kacke? Der wird auf jeden Fall fehlschlagen. Tor wäre auch nicht so wirklich drin, ne? Das versuchten wir doch mal zu passen. Ach nee. Abgenommen. Achso, weil Graf doch noch da ist. Okay. Dachte ich mir. Der Erste zählt. Kommt schon drei Leute. Vier Leute. Alle auf ihn. Na gut. Jetzt dazu zwei. Dribbling. Yay. Los. Nimm ihn eben ab. Gott. No. Wie seine physische Verdeigung einfach mal wieder resettet wurde. Yay. Wir haben den Ball. Shit. Vier. Geil. Kann ich einen? Ne. Mit meinem PH kann ich nirgendwo vorstoßen. Außer wenn er da wäre. Aber dann durch alle kann ich nicht. Nicht vorstoßen. Passen. Tidus. Wird eh nicht durchkommen. Eins. Und zwei hat gefahren. Ich will manuell passen können. Zeit abgelaufen oder was? Die Fans sind immer aufgeregt. Sie kenne für ein paar Aktion. Was ist denn jetzt los? Tidus? Was denkst du gerade? Ich verstehe nicht so ganz, was die gerade schreien. Also sind das Aurochs? Oder Goas. Oh, das hört sich doch anders an. Egal. Irgendwie werden sie schon anfeuern. Oder Verwaka. Oh. Was mit Walker? Kommt der jetzt auch noch rein? Was? Walker wegen Action. Jetzt ist Tidus pissed off. Zeig ihm den Superjects Spezial. Keine Ahnung. Hey. Wo ist der Spieler? Er hat den Spheerpool. Er kann vielleicht getötet werden. Oder holt er Walker rein? Gute Frage. Was ist mit dem Spiel? Verdammt. Was ist das? Ah. Ah. Er geht rein. Ja, Tatsache. Oder? To be honest, I did kind of feel left out. Aber es war wirklich die Oryx- und Waka-Show. Oh, after all. Oh, after all. Oh, after all. Oh, after all. Oh, I wonder what's happening. The crowd is going wild. Oh, it's Waka. He's back on the field and ready to go. The Oryx seems glad to have him back. Hei, 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 hei. Jetzt noch ohne Tidal zum Check spezialen Tor machen. Das wird schwer. Verdammt. blitzball dauert irgendwie länger als gedacht wir bekommen den ball nicht das war irgendwie klar okay drei spieler der pass kommt sogar durch das ist viel zu über level der typ los geile abgewehrt natürlich nicht gefangen mein gott was könnt ihr eigentlich das will mir jetzt gar nicht gefangen dass er ausgerechnet den ball hat warum greift ja so einer natürlich nur so werden bei mir aber zwei angezeigt alter genau 100 prozent oder 110 oder das war nice hier wird das ist schlauer immer in ein reiz zu gehen und natürlich sind da jetzt zwei da wo kommst du da auf einmal her wenn meine leute in dieser range sind kommen sie natürlich nicht hinterher oder was ist das und dann kommen wir da sind wer dort sind hier okay das waren ganze zeit zwei aufeinander auf einem steck dass ich es nicht gesehen habe pass walker hey hat wow damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet schluss für vier jetzt wo ich zum angriff setzen will also ihr seid doch wohl nicht mehr ganz dicht das ist unentschieden wenn man haben die keiner verb kippa recht level drei ja auch als level drei hält sehr viel aus kippa gott geschickt oder ist das gehe keine ahnung was bist du eigentlich gut kreis kreis was mache ich hier gerade keine ahnung au nein die kreis den links rechts ach so ja okay mach ich das jetzt einfach mal so kippa ist der beste fang erst mal nochmal nein so der beste empfang ist kippa ja da muss kippa ins toch Also, ansonsten lassen wir das einfach so. Ja, Ability-Menü. Wir haben keine Abilities. Mein Gott, hätte ich mal lernen sollen, ey. Aber nein, das Timing habe ich total verpasst. Walker deckt niemanden. Das deckt niemanden. Der Jasch deckt auf jeden Fall ihn hier. Kipper kann niemanden decken. Weil Torwart und so. Und den da. Letty auch den da. Und das war's. Verlängerung und so. Halbstunde Part schon wieder. Ich glaube, das werde ich verlieren ohne Teil des Objects mit Charles Sieben bekommen. Das war irgendwie auch klar. Ich komme halt nicht durch. Das ist total kacke. Würde ich automatisch, ohne dass da irgendwer steht, sagen können. Yo. Komm. Schieß mal. Pass mal. Dann wäre das ja kein Problem. So. Ja, natürlich eins. Eigentlich wäre das null. Zwei minus zwei, ey. Scheiß Zufallswert. Torschuss. Nach dem Vorstoßen. Ich weiß noch nicht. So war. Und da vorne sind wir schon. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Wir haben sehr viel. Bis dahin können wir vorstoßen. Das wird aber trotzdem kein Tor. Toll. Abgefangen wird der Ball auch. Ah. Versuchen wir es trotzdem mal. Yay. Oh. Und gehalten. Ja, und die bekommen den, wenn es abprallt. Natürlich. Wenn bei mir abprallt, bekommen sie den natürlich auch. Los. Nimm den Ball ab, verdammte Kacke. Oh, das ist auch noch. Sehr geil, oder? Oh, bitte. Lande auf null. Danke. Vor allem kann ich beim Torwart sagen, verdammt noch mal. Los. Beim Torwart zählt als Gegner. Schieß. Nein, das geht auch nicht. Oh Gott. Ich habe gesagt, nicht vorstoßen. Mein Gott, bin ich bescheuert. Mein Gott, bin ich bescheuert. Ich wollte vorstoßen. Egal. Irgendwie funktioniert die Deckung. Aber der Ball wird jetzt nicht mehr abgenommen. Natürlich zieht es eins ab und nicht drei. Oder was, zwei, was abgezogen wurde. I don't know. Wieder nur einer. Ah. Mal gucken, wie lange sich die Verlängerung zieht. Und wenn er jetzt von alleine ohne irgendetwas schießen kann. Wie kann er das machen? Das will ich auch die ganze Zeit. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich drücke Viereck. Nichts passiert. Jetzt auf einmal willst du? Willst du mich verarschen? Reicht das von der Länge her? Ich hoffe mal. Ach, gerade so. Vorstoßen. Brenntor. Versuchen wir es. Gift Schuss. 16 Tor. Das muss reingehen, Alter. Ja. Komm schon. Jetzt nur noch zwei Minuten aushalten. Alter. Was dich wirklich nur ein Versuch brauch. Ist das wahr? Ende. Habe ich gewonnen? Angriffstheorie da halten. Habe ich gewonnen? Jetzt mal ohne Scheiß. Unglaublich. Die Orochs gewinnen. Wo? Erster Versuch. Ich kann es mir immer unter die Nase reiben. Bis sie erspeichern. Ja. Hundertprozentig. Alter. Mein Gott. Sie haben ein Trophäe verdient. Teamarbeit. Mann, 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 Mann. Speicherstand 10. Den muss ich überschreiben. Weil Blitzbau so... Alter. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich habe keinen Plan gehabt, was ich gemacht habe. Okay. Außer die High-Level-Leute gedeckt. Hat sich ja irgendwie bezahlt gemacht. Okay, Leute. Da es eh gespeichert wurde, würde ich aber mal sagen... Kann man das hier nicht pausieren? Gut. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Halbe Stunde Part reicht. Ähm. Na. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau. Gespeichert ist ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Für Spaß und Tschüss. Alter Blitzbau. Ist trotzdem irgendwie spaßig. Je 얼굴도... Ich recoge... Ich оф. здесь berät horizontal herum ich bin da ist. Wirpchen. Bis zum nächsten Mal jetzt voi. Ja. Dann pack anyaka.